In diesem Video geht es um die besten drei Plattenspieler. Der erste Platz das High-End-Produkt. Dieser Plattenspieler bietet eine völlig neue Möglichkeit, Vinylplatten mit seiner Bluetooth-Funktionalität zu hören. Es sind keine zusätzlichen Kosten für Hi-Fi-Komponenten oder komplizierte Verkabelungen erforderlich. Es sind lediglich Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer erforderlich, um die Welt der Vinylplatten zu genießen. Das mit einem Riemenantrieb ausgestattete Laufwerk sorgt für einen klareren Klang im Vergleich zu direkt angetriebenen DJ-Plattenspielern, während die wählbaren Ausgänge eine Verbindung zu jeder Art von Verstärker, aktiven Lautsprechern oder Bluetooth-Geräten ermöglichen. Anders als viele günstige Plattenspieler verwendet der TN-180BT ein einzelnes Gehäuse aus hochdichtem MDF, um Vibrationen zu dämpfen und einen klareren, vollen Klang zu liefern. Ob für Musikliebhaber, die seit Jahrzehnten Schallplatten sammeln, oder für Neulinge, der Plattenspieler bietet den authentischen Klang von Vinyl. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger. Vollständig manueller Betrieb mit einstellbarer dynamischer Anti-Scutting-Kontrolle, variabler Pitch-Control mit Quarz-Geschwindigkeits-Sperre, balancierter S-förmiger Arm mit hydraulisch gedämpfter Hubkontrolle und aritierbarer Halterung. Die mit einem Riemenantrieb ausgestattete Plattenspielerbasis absorbiert Stöße erheblich, bietet hochwertige und reibungslose Musik, integrierter schaltbarer Phono-Vorverstärker für Phono- oder Lineausgang, RCA. Für einen besseren oder lauteren Sound können externe Lautsprecher über ein RCA-Kabel angeschlossen werden. Schwerer und robuster Aluminium-Plattentiller mit Geschwindigkeits- und Phonamenbeleuchtungsanzeige, Audio-Technica-AT, 369-Mull-LM-M-Phone-Abnehmer. Unterstützt zwei Wiedergabegeschwindigkeiten und drei Plattengrößen, genieße deine entspannten Momente mit dem AT-Plattenspieler. Der dritte Platz das Sparprodukt. Höre deine Lieblings-Win-Tageschallplatten drahtlos über Bluetooth mit dem Gem Spoon-Out-Klappenspieler, koppe das Gerät einfach mit deinem Lautsprecher. Befreie dich vom lästigen Kabelsalat dank der drahtlosen Bluetooth-Verbindung, nahtloser Klang und hohe Wiedergabequalität. Du kannst Vinyl in MP3 konvertieren, indem du es mit einem PC oder Mac verbindest, die Dateien auf dein Smartphone herunterlädst und deine Lieblingskünstler genießt. Deine Platten bleiben staubfrei, da der Gem Spoon-Out-Plattenspieler über eine eingebaute transparente Staubschutzhaube verfügt, kompakt und strapazierfähig. Der Plattenspieler ist mit einem 3,5 mm Kopfhöreranschluss ausgestattet, damit du die Musik auch in professioneller Audioqualität alleine genießen kannst. Das ist die Musik auch in der Zeit, das ist die Musik auch in der Zeit. Bis zum nächsten Mal.